So, jetzt probiere ich das nochmal. Ich werde zwar sowas von scheitern. Was macht er denn da? Schildmacher. Jetzt muss ich den erstmal wegpullen hier. Eigentlich müsste ich ja auch mal... Oh, hör auf zu shakern hier. Ja, ja, kill ruhig deine eigenen Typen. So, du kriegst auch nochmal einen. Jetzt muss ich die Dinger hier schnell wegkriegen, weil die... ...meine Members richtig... So. Alter Vater. Kacke, keine Muni. Hau ab, ey. Ja, sicher. Wieder auf mich. Hallo, Jungs. Killt den doch mal. Ja, jetzt muss ich mal kurz wieder zurückgehen. Das muss alles schnell gehen, ey. Ich krieg Plack. Ich brauch Sniper, Muni, Sniper, Muni, Duda, Duda. Hab ich Sniper, Muni? Jawohl. Oh, das Ding ist down. So. Ich hoffe mal, das schaffen wir jetzt langsam, ey. Aua. Ja, ist klar, Junge. Wo muss ich denn hin? Was muss ich machen? Aha. Ja, probiere ich mal mein Glück, ey. Ach, Kontrollpunkt gespeichert. Ich ahne zwar echt böses, aber gut. Der eine Sniper, der andere, keine Ahnung, Standardverteidigung. Und wie ich mein Team kenne, werden wir sowieso sterben. Ah, super. Auf jeden Fall, ey. Komm schon. Bisschen Angst, was da hinter meinen Brücken vorgeht, aber gut. Im Moment scheint es ja noch zu flucken. 15 Sekunden, jawohl. Oh, der eine verliert gut Energie. Scheiße. Wir separatisten eröffnen. Die haben nicht vor, aufzugeben. Ja, ja, warte mal ab hier. Vier Sekunden noch. Delta-Berater, wenn Sie uns nicht bald helfen, müssen wir abdrehen. Wie ist der Strecke? So, jetzt aber. Dann püllen wir mal rein da. Was ist denn hier los? Ach, da auch noch. Shit off. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Fuck. Ah, super. Der eine soll den wiederbeleben. Soll der Scheiß. Viel zu lange dauert das. Komm schon. Komm schon. Na, super. Das wird nix. Das wird nix. Und wie lebt der denn dann nicht wieder? Ich verkacke ich das jetzt nicht, ey. Fünf. Vier. Zwei. Zwei. Eins. Und showdown. Oh shit. Ich will gucken, ich will gucken. Welche Meinung, muss ich abhauen? Nee, oder? Wow. Oh, die püllen aber auch rein. Was ist denn hier los? Es ist das Schlachtschiff. Ihre Droidenkontrollsysteme sind außer Betrieb. Jawohl. Ach, sieht das herrlich aus. Ist das nicht wunderschön? Auf jeden. Danke für die Hilfe. Wir haben gesehen, der Team. Rufmann steht als Chef der Republik, wenn wir in der Nähe sind. Halten Sie die... Ist doch schon. Jawohl. Machen wir hier mal ein Break. Ach, falscher Knopf. Hm. Machen wir hier mal ein Break. Machen wir hier mal ein Break. Vielen Dank.